Naja... Habt ihr Bock auf ein bisschen Gardnery-Musik? Okay, wir spielen das sowieso jetzt, scheißegal, was ihr denkt. Der nächste Song ist ein Fiebertraum von Chicken. Er hat geträumt, er sei eine Katze, hat sich eingeschissen und hat gehofft, dass er sich das Arschloch selber frei sauber lecken kann. Hat leider nicht funktioniert. Ja, das ist komisch, heutzutage kann man bei Instagram-LSD bestellen. So, Chicken muss euch jetzt mal eine kleine Geschichte erzählen. Setz dich da mal hin. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Auf Wiedersehen. Wie ist die Kugel? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Schau, was ihr denkt? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.